Es war für mich schon im Moment, wo es passiert ist, ganz eindeutig, dass es ganz was Besonderes war. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es kurz darauf noch eine ganz zusätzliche Bedeutung, eine ganz andere Bedeutung für mich bekommen würde. Und zwar, als ich keinen Monat später wieder zu Hause mit einem bösartigen Gehirnhumor diagnostiziert worden bin. Die einheimischen Indianer an der Küste haben ein sehr schönes Sprichwort. Und sie sagen, ein Wolf zeigt sich dir nur, wenn er dir etwas erzählt oder mitteilen will. Und ich denke, dass in meinem Fall diese Wölfe mir einfach ihre Kraft mitgeben wollten und ihre Ausdauer für meine neue Reise, die ich jetzt vor mir habe. Und über die nächsten Wochen und Monate, während auch teilweise sehr harten Zeiten, habe ich unzählige Male an dieses Zusammentreffen gedacht. Und es hat mir irrsinnig viel Kraft gekriegt. Ich habe sehr viel Kraft daraus geschöpft. Und auch darum denke ich, dass es extrem wichtig ist, so natürliche Plätze, eine ursprüngliche Bildernatur... Vielen Dank.